Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Ding. Wir spielen heute mal Hearthstone, besser gesagt ich spiele heute einfach mal ein bisschen meine Quest. Und nicht alleine, die Besonderheit dabei ist, Talons hängt mir auch wieder am Rockzipfel. Der muss zuschauen, der muss, der wird gezwungen, der hat einen Mettanerkähler. Ja, wer heute in die ganze Zeit rumspielt, bloß nicht ohne dass ich zirken kann. Und zwar guckt er gleich wieder Zuschauermode zu, momentan ist er noch nicht, er switcht gleich in das Spiel hinein. Was ich jetzt starte, ich habe eine Quest, ich muss fünf Spiele als Krieger oder Paladin gewinnen. Wir versuchen unser Glück jetzt erstmal als Paladin. Und mal schauen, was wir so kriegen als Gegner. Und Tan ist ja hier Schwarzfeld und er, ich hänge da im... Du willst doch eine Quest spielen, du willst doch eine Quest spielen. Du bist ja eigentlich deine Quest-Herausforderung. Ja, bin ich doch dabei. Aber ich kann trotzdem was über Schwarzfeld erzählen, wo ich gestern richtig, richtig hart verzweifelt bin irgendwie. So, jetzt hat man gesehen, Zeth Raine schaut eurem Spiel jetzt zu, der klubscht jetzt also, äh... Treibe Molochs zusammen! Suche einen guten Platz. Hm? Ich habe jetzt einen würdigen Gegner gefunden, wir wollen mal schauen. Gut, gegen... Raxar! Ich lasse den Namen des Gegners mal eingeblendet. Auch wenn sich das vielleicht nicht gehört. Seige... äh... Seigefisch. Falls du das sehen solltest, I'm so sorry. Du bist mein Opfer heute. Vielleicht doch... Bist du auch sein Opfer! Vielleicht bin ich auch sein Opfer, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wir haben vier relativ gute Karten, darunter ein Geheimnis auf der Hand. Und... Der Herr oder die Dame fängt an mit dem Pferdenlesen, das bedeutet, er darf die obersten drei Karten seines Decks angucken und sich einen davon aussuchen. Ich kann hier Licht anschalten, Licht ausschalten, das seht ihr aber alles leider nicht. Ach nee, so, wir spielen erstmal den Lepraknon, unser kleinen grünen Freund. Das ist eigentlich so mein Standardzug. Wobei, eigentlich ist der Standardzug eigentlich der Messerjongleur und dann alles weitere. Ich hab leider nur mal das Pech, dass der Messerjongleur meistens dann zu dem nächsten Zug zerstört wird. Rrrrrr. Gnome-Stick. Ich glaube, ich würde eher das Raptor-Stick daneben. Raptorianus! Pan! Ach nee, Moment, das ist der Falsche. Okay, jetzt hol ich mal. Ich bin auch grad tot, um mich lang umfasst. Aber, um meinjongleur noch ein Ründchen zu schützen, weil meine Maus jetzt grad nicht mehr will, hallo, whatever. Ich glaub, Harz-Zone verträgt sich grad nicht in meinem Aufnahmeprogramm. Echt, ja. Vielleicht. Aber vielleicht schubst du mir einfach nur an der Maus rum. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Du fuchtest einmal an der Maus rum. Ich suche übrigens, ich bin immer noch überlegen, was ich koche für nächste Woche. Ich muss, ich muss was kochen. Also was Größeres, nicht nur für mich jetzt. So, jetzt verleihen wir ihm wieder Gottes-Schild, einfach um ihn zu schützen. Und hoffen mal, dass der Einer pangt. Schütz ihn! Guter Treffer. Ich mag den Meister-Jongleur, deswegen hab ich ihn auch grundsätzlich in jedem Deck, nur in der Goldkarte wird es einfach geil aussieht. Ich mag ihn total. Weil er weiß, er hat geil aussieht, da hab ich nicht mehr Gold aussieht. Weil, einfach geil, ne? Verstehst du? Ah, Spott! Ihr werdet, ihr werdet durchaus auch mal Matches sehen, wenn wir gegeneinander spielen. Ja, wenn ich ihn verprügele. Also, meine Maus hat sich hier absolut nicht aus diesem Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass das in der Aufnahmeprogramm nicht so ruckelt, wie es gerade bei mir ruckelt. Dadurch, ich hab, ich, keine Ahnung, mein PC hat heute sowieso einen an der Klatsche eben eine Runde Diablo gespielt. Dann hängt sich einfach komplett das Spiel auf. Und jetzt weiß ich, woher Dubstep gekommen ist, definitiv. Das ist mein Meister-Jongleur zerstört, ich werde dich umbringen. Du Schwein, hast den Meister-Jongleur, Oma. Ihr Schweine, ihr habt den Meister-Jongleur getötet. Hier, hier, hier. Oh Gott. Hast du ein paar Ideen, was ich erstens technisch kochen kann? Ein bisschen was Ausgefalleneres. Das muss noch für jeden Tag sein, also. Ich muss mich revalorieren. Ich hab jetzt auf Arbeit, wurde ich gekocht. Hat mein Kollege, hat mir Burger gemacht. Komplett selbst gemacht, mit Brötchen selber gemacht, Soße selber gemacht. Ich würde ja eher sagen, es kommt noch vor, was du vor hast auszugeben für dein Essen. Man kann viel kochen. Ja, mal locker 300 Euro. Ja, okay, geil. So, jetzt hat er eine schöne Kombination ausgespielt. Wobei er den Wolf ziemlich blöd platziert hat, muss ich leider sagen. Deswegen mache ich jetzt das hier. Und dann hab ich einfach mal Bock darauf, das hier zu machen. Was? Den Anzug auf. Man sieht ja übrigens, die Effekte auch als Zuschauer schön. Dann rufen wir uns noch einen kleinen Jägeritter. Aber du bist jetzt immer noch nicht bei der Thematik. Was kannst du mir denn vorschlagen? Ähm, ich könnte jetzt mein Kochbuch rauskramen und gucken, so, oh ja, das geht. Das macht sich gerade so schlecht bei der Aufnahme. Ist dir klar. Warum das Buch liegt hier auf dem Schreibtisch? Jetzt müssen wir nur ein bisschen rumklimpern. Klimperdi, klimperdi. Oh, jetzt, jetzt. Da kannst du dich an. Ah ja, immer wieder der Versuch. Schatzi, Schatzi, das kannst du nicht angreifen. Runter! Jetzt darfst du ihn angreifen. Es ist schon ein bisschen mies, was ich hier veranstalte. Gut gespielt. Ich habe noch nicht gewonnen, meine Freunde. Du hast gewonnen. Gut. Ich würde sagen, da das so schnell ging, kriegt er sogar noch eine, kriegt er vielleicht eine zweite Rolle, oder? Was meinst du? Ja, bei der Sache, ähm, leider aufgegeben, schade, schade. Wir sehen es, fünf Spieler, ein Parallel oder Krieger. Nächste Runde bestreiten wir mit einem Krieger. Die Decks sind alle selbst erstellt, das, äh, vorweg. Ich habe, äh, kein Standard-Deck mehr, wäre ja auch schon doof. Und sie hat sich, sie hat sich, sie hat sich auch nicht, und so hat sich auch nicht orientiert an irgendwelchen Deckvorschlägen. Nee, ich habe die wirklich alle, äh, selbst zusammengestellt. Ihr müsst wissen, sie war mal eine brutale Magic-Spielerin. Wissen Sie, wie das klingt? Sie war mal eine brutale Magic-Spielerin. Das war damals, also, als Magic so hyper. Da hat sie es gesuchtet. Da war sie im Clan und so. Ja, genau, im Clan. Hat Turniere teilgenommen. Echter. Äh, Turniere kann man es jetzt nicht unbedingt nennen, aber... Hast du etwas teilgenommen? Ich habe das jetzt eigentlich nur so reingebrüllt. Es ist, es ist nicht gelogen. Also, wir hatten damals so ein Manga-Store. Ich grüße euch. Wir sind natürlich so sozial und grüßt zurück. Seid gegrüßt. Wir hatten damals so ein Manga-Store. Da gab es wirklich so, am Wochenende immer so kleinere Turniere unter den Magic-Spielern. Da habe ich durchaus mal mitgemacht. Es gab dann halt immer spezielle Karten zu gewinnen, die sonst eigentlich richtig viel Geld kosten. Also, die einzelnen Magic-Karten haben wirklich schon mal so 20, 30 Euro gekostet. Das war schon richtig heftig. Ich kann eure Schmerzen lindern. Also, es ist wirklich, je nachdem, was für eine Karte du hattest, hast du echt schon, äh, ordentlich Asche bezahlt dafür. Röster, wie du hast. Schon hart. Also, es gibt auch heute jetzt, äh, neue Magic-Decks, etc. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel am 1. Mai, haben wir hier so eine kleine, nennen wir es liebenvolle Convention. Und, äh, da kannst du auch ein gratis Magic-Deck bekommen, solange der Vorrat reicht von der neuen Serie jetzt. Ja, aber jetzt, ich würde sagen, Schluss mit Magic, Hearthstone weiter. Wir wollen die Leute nicht vom Blizzard weglocken, wir wollen sie, äh, mit Hearthstone unterhalten. Angriff! Angriff! Ich habe eine Eule getötet! Oh mein Gott! Leg diesen Apfel auf euren Kopf! Ha, Messer-Jungleere. Ja, genau. Der, äh, könnte hier schon ein bisschen, äh, härter werden. Ja. Wobei man sagen muss, äh, sind gerne mal, also, was bis jetzt so aufgefallen ist, die, äh... Versuch das hier, ey! Was ist das für eine Klasse nochmal? Mir fällt das gerade hier ein. Du bist ein Hexenmeister, du Held. Hexenmeister, ja. Die haben eigentlich meistens recht interessante Decks. Finde ich, also zumindest... Wenn es welche sind, die gut spielen, dann sind das recht interessante Decks. Hexenmeister kann man ziemlich gut kombinieren, aber dafür brauchst du dann auch wirklich, äh, äh... Oh, was ich so hasse, diese Scheiß-Maschinen-Kacke. Diese Maschinen-Kacke, die geht mir so auf die kackigen Nerven. So, jetzt müsste ich mal gerade überlegen, ach, den holen wir uns hier mit. Weil dieser Hormotag gibt mir einfach tierisch auf die Nerven, die hol ich mit damit. Jetzt wäre mein, jetzt wäre mein Vorschlag Messer-Jongleur und danach den Dreier. Kopf! Ne, ne, den lasse ich da noch drin. Angriff! Den lasse ich gerade noch ein bisschen pausieren, weil ich weiß nicht, was er auf der Hand hat. Das ist immer so ein Risiko. Und wenn ich jetzt alle Monster ausspiele und er den dann irgendwie vernichtet aus irgendeinem Grund, habe ich ja nichts mehr. Sehst du, da kommt sowas dabei raus. Du musst dir jetzt übrigens auch bei Obese-Carrot oder Obese-Carrot, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Entschuldigen, dass du seinen Namen dran lassen wirst. Arcanidschnitter! Damit schnittert man hier rum. Das war schlecht, ich weiß. Und dann gibt es direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Messer-Jongleur! Greif deine Lebenspunkte direkt an! Ja, genau. Ja, gut. Es gibt jetzt Hearthstone auch für iPhone und Android. Sowieso schon etwas länger, aber... Jeder von uns. Insofern sage ich dazu nur, wenn ihr euch jetzt auf der Straße gehen und ihr seid zufällig in der Vorhungsse, könnt ihr auch sagen, Zeit für ein Hearthstone-Duell! Wobei das ein bisschen lang ist. Da ist die Aussprache Zeit für ein Duell doch besser. Lebt das! Jeder von uns hat mal Hearthstone. Was mir gerade aufhört, wir haben schon wieder dieselbe... Erzählt euch das! ...web die wir gerade eben hatten. Ja, stimmt wohl. Pam! Das tut mir wirklich leid, dass ich mir deine Monster nicht lassen kann. Aber... Ich möchte doch nur spielen, mein Freund! Ich dann... Licht aus. Ich muss die Scheiben kaputt machen. Ja, jetzt kommt erstmal der scheiß Heilbot. Das war gut gespielt. Das war gut gespielt. Aber nicht gut genug. Der Heilbot kommt aber immer nur einmal. Ja, trotzdem. Ähm... Wie machen wir das denn jetzt, äh, äh... Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, ähm... Kann man... Spott und Ansturm, kann man das eigentlich kombinieren? Ja, doch, kannst du. Boah, jetzt könntest du mit dem Messer-Jongleur den Typ hier töten. Aber... Nö, ich möchte nicht, dass mein Messer-Jongleur Leben verliert. Und den Spott spiele ich mit Absicht einfach nicht aus, weil ich wie gesagt überhaupt nicht weiß, dass er noch kriegt oder hat. Und das lag gerade echt. Ich hoffe, es ist in der Aufnahme nicht so. Also, was ist das für einen Hintereingang? Für die Hinterpforte von diesem kleinen Greif. So, lassen wir mal den Wasser-Eimer abstürzen. Komm, 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 stürz. Schlagen das Uhrendach ein. So, ist das jetzt hier Selbstmord? Oder Aufgabe? Aha. Aha. So, wir können 8 Damage machen. Aber... Nee, du kannst mehr als 8 Damage machen, du hast gewonnen. Ja, jetzt schon. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Huuuuh. Das war eine gute Partie. Ach, komm schon. Wirklich? Ja, gut, in dem wir können wir das werten lassen jetzt wirklich klar niedergeprügelt. Und der andere hat ja doch ziemlich zeitnah aufgegeben. Oh, das waren zwei von fünf Spielen. Und fürs Erste verabschieden wir uns dann erstmal wieder. Mal sehen, wann wir uns das nächste Mal sehen. Ihr seht auch, wenn wir noch mehr. Bis dann. Ciao. Jawohl. Bis dann. Bis dann.